Das sind die 40 merkwürdigsten Dinge, die auf Kamera festgehalten wurden. Du wirst nicht glauben, wie verrückt die sind. So ein kleiner Waurau auf Kamera, dass er gegen die Wand läuft, ist natürlich schon etwas komisch, Leute. Aber dass er das mehrmals macht, ist natürlich schon ein bisschen komischer. Und er hat dreimal... Ich glaube, er hat irgendwie gefallen daran, Leute. Dass er da die ganze Zeit irgendwie dagegen läuft, ne? Was ist denn bei ihr jetzt hier gerade los, ne? Ich glaube, sie möchte sich gerade hinsetzen und, äh, ja... Oh mein Gott, das ist einfach so ein Tiger! Wow, 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 oh mein Gott, der hat die umgeboxt! Was, die boxen sich gerade... Alter, die haut die mit dem Krückstock eine! Und das ist einfach auf so einer Kamera aufgezeichnet. Ey, die denkt sich auch so, hör, ich will hier einfach weitersitzen. Und hat einfach das Territorium eingenommen, ne? So, ist doch auch nichts Verrücktes, wenn auf einmal so ein Husky die Tür aufmacht für den Pizzaboten oder sowas, ne? Oder, gut, eher so ein Fleischbote. Und er denkt sich auch so... Oh mein Gott! Und er kickt die Tür zu! Was geht denn mit dem Husky ab, Freunde? Oh, was? Was? Dass ein Auto durch alles Mögliche im Verkehr durchgebrettet hat. Kein Auto getroffen und am Ende halt nachher die Wand. Das ist natürlich auch relativ schade. Aber trotzdem sehr, sehr krass, ne? Guck mal, jetzt hier wieder da so ein bisschen rumläuft und so. Auch jetzt hier so, oh ja, machen wir mal ganz kurz. Alles klar, kurz mal ganzen Alkohol kaputt. Ey, was hat den geritten? Leute, warum hat der irgendwie, hat der irgendwie, keine Ahnung, hat den seine Freundin verlassen? Oder warum hat der auf einmal da keinen kompletten Alkohol? Ey, was? Hat gerade der Hund ihr die Hose runtergezogen? Das hat er halt echt gemacht. Der hat dir einfach die Hose runtergezogen, ey. Oh, guck mal, da hinten, da läuft anscheinend jemand. Am Flughafen würde ich niemals laufen, Freunde. Das ist immer sehr, sehr gefährlich. Da fällt einer... Was ist denn da? Ist das ein Baby? Was? Mein Gott, da ist ein Kind auf... Oh mein Juhi, Juhi. Ey, da muss ich auch gerade denken, ne? Total genial. Und, äh... Ja, sogar aufgemacht. Die Fahrt geht weiter, ne? Die Fahrt geht weiter jetzt hier. Die beste Achterbahnfahrt. Oh Gott, er wird ins nächste Abteil reingeboxt. Oh Gott. Ich hätte auf jeden Fall ganz schön Angst, wenn ich da eher wäre. Und ich glaube, er wird jetzt gerade von der Maschine gefressen oder so. Kann das angehen? Nee, er möchte auf jeden Fall rauskrabbeln. Hat ihm wohl nicht so gefallen, diese Gruselachterbahn da. Geht's auf jeden Fall weiter zum nächsten... Oh, ey, oh, oh. Und guck mal jetzt hier, ne? Und zack. Abgerissen jetzt hier. Und da ist sie jetzt einfach entblößt, Freunde. Ey, das ist natürlich auch belastet, ne? Weil ich glaube, es ist halt auch kaputt gegangen, das Kleid. Aber trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr verrückte Sachen, die hier schon wieder passieren. Ist mal ganz vorsichtig und schon wieder einer, der einfach mit dem Gepäck durchkommt, ne? Er dachte, komm, das Gento funktioniert nicht. Ich geh mal mit durch, ne? Also so kann man es natürlich auch machen. So, Mr. Polizist. Oh, guck mal hier, die Teletubbies. Äh, was? Was? Auf einem Gabelstapler? Hä? Was ist 2020 passiert, ne? Gerade so nach Corona. Kein Wunder, dass die Verrückten hier wieder irgendwas machen. Und guck mal hier. Leute, verkehrte Welt. Die Maus gegen die Katze. Und die Katze gegen den Mann. Und ich glaube, er hat irgendwie seinen... Ja, er hat auf jeden Fall seinen Allerwertesten gerade gezeigt. Beziehungsweise die Katze greift ihn einfach weiter an. Die hört halt auch einfach nicht auf, ne? Hört einfach nicht auf, Freunde. Ah, okay. Mr. Officer. Was haben wir hier für ein Problem, hä? Ich glaube... Oh, nein. Oh, der... Oh, mein Gott. Er haut ab. Er haut ab. Und die könnte ich die Tür aufmachen. Ey, was ein cleverer Dieb. Beziehungsweise Räuber. Oder keine Ahnung, warum er verhaftet wurde. Oh, nein. Nein. Der Hund hat auf den Boden. Nein. Oh. 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 Hä? Was? Das hat er einfach komplett aufgesaugt. Ich dachte jetzt mit einfach der Roboter die komplette Scheiße durch die Wohnung schieben. Und er hat erst mal schön die Wasserleitung kaputt gemacht. Das wird richtig Ärger geben mit dem Chef, Freunde. Das wird mega Ärger geben. Guck mal jetzt hier. Guck mal, ein bisschen Katzenkampf war. Dreier Gang hier. Oh, mein Gott. Und... Ah. Und ich dachte auf jeden Fall gab es da noch einen Gewinner. Aber es gab leider keinen Gewinner. Was sind wir jetzt hier? Oh. Da wird leider anscheinend irgendwie... Was ist das da? Feuerlöscher? Ja. Feuerlöscherinhalt. Eieieiei. Und... Oh, guck mal. Ey. Sie machen Tag Team auf den Hund. Sie haben ihn einfach runtergeworfen. Die Mauer runtergeschubst. Und... Was? Oh. Der arme Hund ist einfach... Ey. Der ist in so einem Planschbecken gelandet. Was für ein Glück für den auf jeden Fall, ne? Mega Glück. Oh, mein Gott. Nein, nein, nein. Was geht da? Warum rennen sie alle? Was ist da los, Freunde? Warum rennen sie jetzt gerade alle weg? Oh. Was? Ein Schwein? Was? Ein Wildschwein? Einfach so ein Wildschwein? Ey, was? Oh, oh. Patienten. Und er ist mit so einem Ganzkörperanzug am Start. Bedeutet das auf jeden Fall... Äh. Ähm. Ähm. Hä? Er sagt Maske auf und so. Hä? Was geht ab? Ich weiß zwar nicht, was da gerade abging, Freunde. Aber es sah auf jeden Fall, glaube ich, nicht gut aus für sie. Ich glaube, sie hätte eine Maske aufziehen sollen. Und warum driftet da auf einmal eine Straßenbahn, Freunde? Warum driftet die auf einmal hier rum? Muss ich hier alles gerade verstehen, was ich hier sehe? Oh, oh. Und Tür zu. Und hier auch Tür zu. Und... Was macht die denn da gerade da? Hä? Was macht der dahinter? Hä? Der versteckt sich jetzt die ganze Zeit? Leute, er sagt, da ist keiner mehr mit drin. Oh mein Gott. Das war so ein heimlicher Verehrer, ne? Es geht einfach in den Kofferraum rein. Ey, was? Das ist schon ein bisschen asozial, ne? Leute, muss ich ja gerade ganz ehrlich sagen. Und hier, warum ist da ein Helikopter auf der Autobahn? Können wir bitte darüber reden? Und warum zerhakt der Helikopter mal eben den LKW? Hey, was geht ab? Oh, guck mal jetzt hier, bitte. Oh, sie muss eine Maske tragen, aber sie macht das nicht. Äh. Oh, sie muss ganz dringend auf Toilette. Oh, jetzt nimmt sie jetzt nicht ihren... Nein, oder? Sie nimmt das als Maske. Sie nimmt das als Maske. Ähm. Ja, okay. Sie muss ja anscheinend dringend auf Toilette. Also hat der leider... Das ist für eine Maske. Das ist schon echt verrückt, ne? So, jetzt hier... Oh. Er ist erstaunt. Warum? Kommt einfach zu... Gepard oder so aus dem Zug raus, Freunde. Oh, was ist jetzt da los? Anscheinend. Achtet auf den... Oh mein Gott, was? Was? Warum brennt er in seine Hose? Hä, ist sein Handy explodiert oder so? Alter, Freund, das war ja mega verrückt. Oh Gott. Oh Gott. Und das war's. Und mit dem der Shotgun. Tja, man muss die Waffe natürlich auch ordentlich festhalten. Äh, belassen, dass die natürlich auch Rückschuss haben, ne? So muss man das natürlich auch sagen. Gucken wir jetzt hier, die Tür zu machen und... Oh, anscheinend ist da irgendwas... Irgendwas ist da im Auto drin. Ein Bär! Der Bär hat kurz im Auto gechillt. Hat der auch den Unfall gebaut oder... Ich glaube, der Bär ist da mit meinem Auto rumgedüst, ne? Wie es auf jeden Fall gerade ausschaut. Oh, vorsichtig hier mit dem Fahrrad. Was? Was? Der hat ja mega Glück gehabt. Den wurde einfach... Das Fahrrad wurde einfach rausgerissen. Ähm, und der Typ kann anscheinend nicht mit seinem Bein laufen. Deswegen läuft er mit seinen Händen. Das ist auch noch ein Opa, ne? Das ist ein alter Opa-Freunde. Der gerade einfach hier auf seinen Händen läuft. Ey, also manche Sachen sind hier gerade echt mega verrückt zu sehen. Guck mal, der ist ganz faul. Macht die Tore auf mit seinem Bein. Ja, manche muss da einfach nur schlau arbeiten und nicht hart, Freunde. So sieht es nämlich manchmal aus. Mehr muss man auch nicht machen, ne? Jetzt hier ganz vorsichtig, ne? Ey, der fährt doch gerade keiner. Hä, der fährt doch gerade keiner. Da denkt sich auch gerade, was geht hier ab. Oh, dahinter... Was? Warum ist ein Geist auf dem Auto drauf? Äh, ähm... Okay, sie kriegt aber die Stange... Doch, sie macht jetzt die Stange selber hoch. Und jetzt fährt das Auto weiter. Ähm, ist das Auto ferngesteuert oder warum ist das gerade selber gefahren, Freunde? Ey, sehr, sehr verrückt auf jeden Fall. Guck mal, wie die auch hier gerade das Tor hochklettern. Da würde ich auf jeden Fall gar... Oh nein, es geht auf. Es geht... Oh, oh. Oh nein, die Hose. Oh, die Hose... Oh, Gott. Oh, aber wenigstens Ehrenkollegen, ne? Ehrenkollegen, die ihn da so quasi weggezogen haben, aber... Ey, die Hose, Freunde. Das hätten die, glaube ich, nicht machen sollen. Ich glaube, sie hätten da nicht rumklettern sollen. So, was macht die jetzt hier? Und warum ist da oben eine Kamera? Und warum hat... Was machen die denn da? Okay, sie gehen jetzt von den Fernseher und er zieht sich... Was machen die denn jetzt gerade? Okay, sie massiert ihn jetzt, aber warum... Hä? 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 Was ist denn jetzt los? Leute, das ist ein... Was? Oh mein Gott, nein! Ähm... Oh, da kam wohl gerade jemand nach Hause. Warum ist das so cool, Leute? Warum will ich da gerne oben beim Bett schlafen? Das war mit dem Bett auf jeden Fall echt megacool. Aber hier haben wir die ganzen Clips zu sehen. Wenn es euch das Video gefallen hat, Freunde, dann lasst euch gerne einen dicken Daumen nach oben da. Checkt unbedingt die beiden Videos dir aus, Freunde. Und haut da rein. Bis morgen. Ciao, ciao.